Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich interessiere mich gar nicht für Sport Interessieren Sie sich für das Pferderennen? Das begreife ich nicht Gibt es etwas Schöneres, als auf dem grünen Rasen zu stehen und zu warten, zu warten, bis das Geld weg ist? Ach, ist das schön! Ach, sehen Sie doch da Morgan, die Tafel, was ist denn das? Das ist die Nummerntafel, da werden die Jockeys und die Pferde hochgezogen Mein Gott, die werden hochgezogen Die Nummern, sonst weiß man doch nicht, wer mitläuft Sehen Sie, nehmen Sie ein Notizbuch, schreiben Sie auf Nummer 1, Oleinik, Oleinik auf Gänseblümchen Auf Gänseblümchen! Ja, das ist natürlich keine Blume, das ist ein Pferd, ebenso wie Sie kein Mensch sind, sondern ein Rindvieh! Voll wie gemein! Na, sehen Sie weiter, da ist Nummer 4 Hallo? Wer ist das? O. Schmidt, auf Parlophon! Ach, der singt! Aber nein, Parlophon heißt das Pferd, dann ist Janek auf Futsch-Liesel Auf Futsch-Liesel! Auf Futsch-Liesel? Äh! Nummer 10, wer ist denn das? Tutankamen? Tutankamen, das muss ein altes Pferd sein, das haben Sie irgendwo ausgegraben Mein Gott, dass das noch laufen kann! Nummer 14, Jule Rassenberger, auf, auf, auf Vorschuss, was sagt der Mensch dazu? Morgan, das ist ein Pferd für Sie! Ja, ich glaube auch, also wen könnte man da wetten? Ich habe sichere Informationen, jetzt heute der Schwager vom Friseur, von dem Hauswehrer, der die Kinder vom Futermeister vom Baron Rothschild unterrichtet, erzählt, dass Janek in dem Rennen nicht zu schlagen ist. Oder es nimmt ihm Zweifels weg. Oder es ist eine Schiebung, man weiß ja nicht. Ich werde 10 Mark richtieren auf Vorschuss. Ja, 10 Mark, wollen Sie was mithaben? Ach nein, ich nicht, ich wette nicht. Ich lache dann über Sie. Na schön, machen Sie, was Sie wollen. Ich werde 10 Mark richtieren, was kann das schon sein? Nein, er wird zwar nicht viel bringen, er bringt nicht viel. Wenn er viel bringt, bringt er höchstens, wenn er es macht, wenn er es macht, wenn er will, macht er es ja auch. Ach, wenn er will, macht er es? Ja, wenn er es nicht macht, wollte er nicht. Ach, dann wollte er nicht. Und er konnte nicht. Ach, er konnte nicht? So ein Pferd ist doch schließlich auch nur ein Mensch. Also was bringt er schon? Er bringt höchstens das Äußerste, wenn er viel bringt, aber das ist schon übertrieben. Er ist Favorit, also was kann er schon bringen? Er bringt höchstens, wenn er nichts bringt, wenn er es bringt, er bringt es aber nicht. Augenblick, Augenblick, sind schon alle am Zahn. Herr Doktor, wenn es anfängt, sagen Sie doch, ich bin schon so aufgeregt. Ja, Augenblick, Augenblick, am Zahn, sind Sie schon gleich, kann es losgehen. Gleich, ich kann es losgehen. Achtung, Achtung, Achtung. Eins, zwei, drei, los! Laufen Sie denn? Morgan, laufen Sie denn schon? Natürlich laufen Sie schon. Sie laufen schon? Na nehmt doch Ihr Opernglas. Wo laufen Sie denn? Ach Morgan, ich sehe immer nur Ihren dämlichen Kopf. Was klotzen Sie denn immer an mich an? Dort sind doch die Pferde. Na das muss doch Menschen gesagt werden. Ach ist das jetzt schön. Ach ist das schön. Ach ist der Rasen schön grün. Rasen ist grün? Wofür interessiert sich der Ochse? Für ein Rasen, natürlich. Aber Seifert bleibt es. Sehen Sie, auf den hätte man sich gesund machen können. Tut dann kann... Nein! Gänseblümchen! Gänseblümchen macht es! Sehen Sie, der Einzige, der reiten kann, sitzt auf Gänseblümchen. Mit dem Tipp bin ich hergekommen. Man darf sich nicht abreden lassen. Der bringt ein Vermögen. Wo ist denn mein Juli Rassenberger? Wo ist denn Rassenberger? Da hinten kommt er! Sehen Sie sich das an! Hocht oben wie ein Maikäfer. Ja, nur... nur Zeit lassen, Herr Rassenberger. Schön langsam. Sie versäumen ja nicht. Für mein Geld, was? Das ist ein Stück im Modder, dieser Rassenberger Schade ums Geld. Och nein! Da muss man nun auch gerecht sein. Der eine reitet schnell und der andere reitet langsam. Reite du, Mann, langsam, Rassenberger. Die anderen reiten ja schnell. Die anderen reiten ja schnell. Albernet, geplappert. Sie gehören in eine Kinderbewahranstaltung, nicht daher auf dem Rennplatz. So was Blödes! Gehen Sie weg da! Sie stören, alles lacht schon über Sie. Gehen Sie weg! Gehen Sie auf die Toilette! Ich brauche doch gar nicht! Ach, Gott, Jule, Rassenberger noch immer hinten. Janek vorne, Janek macht... Jetzt kommt einer von außen. Janek, das ist Janek, das ist Janek auf Lutschliesel. Lutschliesel heißt das. Ach so. Von außen kommt einer, von außen kommt einer. Ja, ja, wer ist denn das? Ja, wer ist sonst denn da? Rassenberger macht es! Ach, Herr Doktor, jetzt aber, jetzt aber, mein Gott, nein, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Der Hinterste kommt ganz nach vorn. Halten Sie es maul! Sie machen die Pferde nur scheu. Rassenberger holt auf! Rassenberger macht es! Rassenberger macht es! Ra, Ra, Ra... Jule! 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 Er lässt sich wegnehmen! Hauen! Geist! Hundverfluchter! Hauen! Nein, nein, ich bin im Tierschutzverein! Aber Ihnen tut ja niemand etwas! Jule, meine Miete! Meine Miete! Jule, Jule, jetzt mach das! Jule, Jule, Jule! Jule! Jule, 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 Jule!